Ich bin eine syrische Mutter. Alles Erste. Ich komme aus Syrien. Ich habe so einen großen Schmerz wegen mein Land, mein Heimat Syrien. Und ich sage nur eins, Amerika und ihre Anhänger, alle Hände weg von Syrien. Syrien ist eine Stadt, die 10.000 Jahre alt ist. Ihr könnt Syrien nicht so einfach vernichten. Wir Syrer, wir haben viel, viel bezahlt. Blut und Menschen, Brüder, Mütter, Kinder. Und deswegen sagen wir einfach mal, Hände weg von Syrien. Ihr werdet es nicht schaffen. Danke. Musik 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 Die geplante Völkerrechtswieder. Wobei ja auch noch verrückt ist, dass hier die Leute sich dann ja auch noch mal aus der Runde und sie selbst auch oft gespürt haben. Das ist jetzt so. Wir haben auch noch die Berge an den Runde geführt. Da ist jetzt so. Dieser Runde hier steht. Wer Spaß macht, besser zu sehen. Der Monark ist in der Runde. Der Monark ist in der Runde, der Runde und er hat den Regenstab. Der hat die Radio. Das ist eingeladen. Das ist die Zürichsitzung. Der Stab. Der Stab. Der Stab. Der Stab. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Wir wollen keinen Frieden, wir wollen keinen Frieden, wir wollen keinen Frieden! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018